Uhu und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon's Morag Activity Challenge! In den letzten Part haben wir Team Akma gesagt, dass wir viel toller sind und so. Außerdem haben wir ein Emblem bekommen. Und zwar... Ich weiß gar nicht, dass ich glaube ein Basis-Item. Äh... Ich hab keine Ahnung, was das sein soll. Ein Magma Emblem in der Form von Team Akmas Abzeichen. Okay. Ach, kein Masjabas Emblem ist voll evil und so. Und wir können ja nicht runterschaufeln und der wollte uns eine ewig lange Geschichte erzählen. Und das ruht natürlich nach. Am Pyrröger legen wir diese Geiste der Pokémon, die zugegangen sind zur Ruhe. Von hier aus hat er meinen einen Ausblick über die ganze Region von Höhen. Die körperlichen Geiste der Pokémon finden hier Ruhe. Es ist... Es ist Fügung, dass du jetzt hier bist. Möchtest du meine Geschichte hören? Eine lange, sehr alte Geschichte der Höhenregion? Ja, möchte ich. Es geschah vor langer Zeit. Die Welt erwebte unter der Auseinandersetzung der Pokémon. Das Land ist mit dem Pokémon des Meeres. Die Pokémon des Landes erschufen Berge und Kontinente. Die Pokémon des Meeres erschufen hohe Wellen und tiefe Meeresbecken. Das Duell wurde ohne absehbares Ende. Die Welt wurde von Erbarmungslosen. Erbarmungslosen Stürme und glaube ich Inferno aus den Heim gesucht. Die blaue und die rote Kugel setzten. Setzten ließ sich den Kampf ein Ende. Licht strahlte von den beiden Kugeln und beruhigte die Kontrahenten. Die beruhigenden Pokémon verbarken sich in den Tiefen des Meeres und der Erde. Eines Tages verschwanden sie. Und wortend so Megakurioko und Megakura und ein Urzeit-Kraudown und ein Urzeit-Kuriöke mit der Urzeit-Entwicklung. Aber leider erst. Drei Generationen später. Warum eigentlich leider? Naja, was war's? Hier bin ich falsch. Wird es Pokémon? Yeah. Ich bin so bad. Es ist ein Gehirn lang. Ja, wozu muss ich denn nochmal hochgehen? Ich weiß es nicht. Es war obszenal. Ah ja, wir haben einen Superschutz hier ausgelaufen. Können wir gleich einen neuen reinwerfen. Und ich will einfach mal einen neuen Superschutz reinhaskin. Wie jetzt will ich Drogen nehmen? Ich bin voll abhängig von Superschutz, ja. Das Zeug tönt mich so derartig an, ja. Ich hab erst mit Schutz angefangen und jetzt bin ich bei Superschutz. Und bald zieh ich mir Top-Schutz rein. Und ich weiß nicht, was ich danach sagen soll. Ich muss die Lose einfach nochmal erhöhen. Und dann, keine Ahnung, muss ich dann so irgendein Item tragen, das Pokémon komplett fernhält. Bam, bam, wo kommt der eigentlich unten raus? Der geht so garantiert einen hinweg. Yay. Oh, sind wir mitten hier. Ich hab keine Ahnung, Alter. Ich hab das Spiel so nie. Ach, hier kommen wir raus. Okay, ich geh mal nicht weiter runter, weil... Da kommt so ein Sprungteil, wo man drüberspringen kann. Und dann nicht mehr zurückkommt. Oh, das ist aber eine Trainerin. Hi. Ich liebe Platz im Pokémon. Hast du eine Platz im Pokémon? Ich hab keinen Platz im Pokémon. Ich hab keinen Platz im Pokémon. Willst du bekämpfen? Ja. Pyropec, wo die Geiste der Pokémon ruhen, ruhen deine Pokémon auch? Nein! Ähm. Ist gerade kein Trätern, ne. Lass sich meine Pokémon gegeneinander antreten. Dabei schaue ich hinzu. Und lache über sie auf, wenn sie K.O. gehen. Und voller Schmerzen sich am Boden, wenn du Hexe. Und du, Pokémon-Sammler. Warum? Das passt überhaupt nicht zum Pokémon-Sammler. So da richtig drauf zu sein. Seinen Feind. Yay. Yuriko und Gaffi. Dream Team for life. Haben wir ein normal Pokémon? Und ein Pokémon vom Typ Geist. Ich weiß gar nicht, ist Psycho-Gut gegen Geist? Ich glaube nicht. Dann ist es neutral. Aber ich hab immer einen verwirrt. Und es hat einen epischen Angriff. Und würde sich selber hauen. Und dann halt auch nicht. Alter, wie süß. Ein kurz... Ein Ball für Sengon mit diesem epischen Schaden an Gaffi. Wow. Unglaublich. Damen und Herren. What the fuck. Sternschauer. Nein, es bringt mir gar nichts. Es macht dir wieso keinen Schaden an Zwirrlicht. Ähm. Alter, dieser epische Schaden, Dengon. Wow. Sengu. Entschuldigung. Aber, ey. Wow. Unglaublich. Und wir werden jetzt die nächste Pokémon wünschen. Das ist super. Yay. Ich singe. Das ist mir sogar echt besiegt. Erstaunt. Warum machst du diese Attacken nicht auf das Psycho-Pokémon? Sinn gibt es keinen. Okay, los geht's. Okay, Kugel. Bim, bim. Und noch ein Geist-Pokémon. Yay. Wer hat da gerade voll Bock drauf? Ich glaube, und nicht. Wer ist das effektiv? Warum mache ich nicht die ganze Zeit Biss? Warum mache ich nicht Biss die ganze Zeit? Kann mir das mal einer sagen? Warum mache ich... Naja, okay. Lüftet auch nicht so viel schwächer sein Glut als Biss. Hey, komm. Ich fülle dich jetzt mit Ruckzucki. Badabusch. Yay. Meine Verteidigung sind stark, aber es ist mir egal. Da. Ich jetzt Wertewechsel auf dich mache. Und Biss. Yay. Es bringt natürlich nur was, wenn ich weiß, was die Fähigkeiten die haben. Wer hat das Synchro? Das weiß ich schon mal, ne? Bam. Bam. Wertewechsel ist voll lustige Fähigkeit. Yay. Überschallend mit Leben. Hm. Irgendwie mag ich eine Pokémon. Ja. Du hast... Weiß, was die heißt. Warum sind hier... Ja, komm. Und dann garantiert irgendwas Tolles drinnen. Na, okay. Ich gehe mal wieder zurück. Wir haben eine Mission zu erfüllen. Wir gehen jetzt nämlich... ...in die nächste Stadt und klappen... ...diesen Geheimgang hier. Achso, man braucht das Schalter. Ja, dann halt nicht. So, werfen wir uns doch mal ne Pille Schutz rein. Oh yeah. Gib dir den Schutz. Und gehen jetzt in die nächste Stadt. Und ich denke mal... ...werden dann ein bisschen Stress bei Team Magma Aqua im Hauptquartier machen. Ja, ja, ja. Halt dein, warte mal, komm, müssen wir nicht Feuer in die Werft. Klar, und dann... ...irgendwas. Ah, genau so war das ja. Ich bin ja in Omega Rubin schon ein bisschen weiter. Yay. Aha, sag was so toll. Gegen die haben wir alles mal gekämpft. Nein, vorletztes Mal. I'm so sorry. Tut mir leid, ich glaube... ...letzte Aufnahme ist... ...quasi... ...ja, genau vom Pokémon sind ja perfekt sicher. Quasi direkt der Mann schluss, weil ich gerade voll Bock drauf hab aufzunehmen. Leute, die mich nicht aufnehmen wollte, haben irgendwie keine Zeit, aber ist ja kein Problem. Wir sind Wochenende und warmes Wetter und so. Wer will da schon am Rechner sitzen? Ich versteh das auch irgendwie. Hier gab's keine Dings da. Ich habe ein spannendes Niggaschen im Gastroff des Meeres gehalten. Das Rauchniswellen war so angenehm. Er hat sich mit einem Pokémon gestohlen. Team Ackmar, Team Ackmar. Wir sind in vierter Woche gerade hier angekommen. Wir haben ein Drachen-Pokémon gesehen, das am Team Mönchen flog. Leben enthüllen so viele solche coole Pokémon, nur... ...schau dir unsere Starter an. Yeah. Wir haben vorgenommen, in so vierter Woche so viele seiten Pokémon zu sehen, wie es geht. Daher waren wir total überglücklich, als wir gleich nach der Ankunft dieses Pokémon-Gesicht bekommen haben. Ich meine, wir waren überglücklich. Ja. Ja. Du da willst irgendwas von mir. Wenn die ganze Welt erstmal an uns gehört, Team Ackmar. Team Ackmar wird sie ein besseres Ort für Pokémon sein. Ja, warte mal kurz. Ich gehe jetzt mal rüber zu euch und haue euch mal. Bla, bla, bla. Ja, das ist aber keine Bäre mit. Hier ist auch okay. Äh... Ja, das ist okay. Alle, aber ich bin... Achso, hast du letztendlich noch mal gekämpft? Ich habe heute mal... ...der am letzten Kampf gewonnen für mich. Super guter Tag. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Äh, I have no idea. You, you, fuck you are. Really. Weil mehr. Ich springe aus dem Meer her. Was willst du? Du hast mein Training. Das wird uns verschlagen, du verschwindest. Ja, warte mal kurz. Scheiße. Ich habe irgendwie die Story gerade verpasst. Ich glaube, wir müssen in die Stadt mit dem U-Boot. Gut, ich glaube, da hat er irgendwas gesagt. Ich tue es einmal mal. Ich schumme mal. Und Flugi Nara. Von der Box. Die Maus zuckt bitte nicht so rum. Danke. Ich... Deine Pokémon. Ja. Ablegen. Ey, das ist ein bisschen Löffel. Keiner. Ja, dann... Keine Ahnung. Nach Tara. Hast immer so nicht den besten Angriff. Deswegen können wir mal kurz auf dich verzichten. Flugi Nara aka Fächer bitte mitnehmen. Oh, da liegt immer noch ein Ei auf der Box. Ha 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 ha. So. Ich denke mal... Das ist jetzt auf jeden Fall... Ich habe zwar jetzt irgendwie... Das nicht ganz... Ne, Maus und Fusy was. Kraftfus City was. Nicht ganz mitbekommen, dass er gesagt hat, Hey, wir gehen jetzt nach Kraftfus City und machen da Stress und klauen das U-Boot. Aber ich denke mal, man muss es einfach wissen oder so. Hi. Ich habe doch irgendwas verpasst. Hab ich irgendein Ort nicht. Okay, die Fähre ist da unten. Bin ich doof? Ach ja, natürlich war es schon richtig. Ich muss natürlich auch nach oben surfen. Ich Idiot. Bam, bam, bam. Ich muss natürlich auch nach oben surfen und nicht da ins Versteck rein und dann hart Stress machen. Ach genau, ich glaube, man kommt da nur rein, wenn man dieses Emblem hat, was wer es hat. Nenn es mal. Wer von den beiden Teamen hat das eigentlich das U-Boot geklaut? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es war Team Magma. Äh, Aqua. Oder nicht Magma? Es macht beides Sinn, weil Team Aqua kann sich mit U aus und Team Magma kann nicht schwimmen. Dann einfach mal wieder hochfahren. Fahrrad. Achso, ich habe eine Tech Lab drin. Okay, dann halt nicht. Hey, guys. Hey, guys. Hey, du Bären-Schenker. Bären-Schenker ist auch voll die behartete Leitung. Hey. Hey. Hey, ohne wildes Pokémon. Ich habe garantiert nur Reimen mal. Wie heißt es, du bist von einer von Team Magma? Ich habe wirklich, dass Team Magma was ist, ein großartiges Pokémon sein, um Versteck aufzuwecken. Aber wo es versteck wohl ist, wo es versteck wohl ist. Aha. Wie bitte bist du von Team Magma-Rüpe? Ich habe gehört, dass Team Magma am Schlott nach Unglaublichen... Hey, da war es doch gerade. Jetzt sind wir... Oh, mal kurz. Nein. Ich war... Hä? Nein, ich war hier am Pyro... Berg. Was? Bad Lavastadt? Hä? Willst du mich fucking trollen? Oh, Junge. Please. Okay. Geh auf zum Schlottberg. Hä? Ich habe es nicht... Irgendwie habe ich... Ich habe es ja die Gespräche gelesen und so. Aber irgendwie habe ich es nicht mitgesagt, als die so dumm waren und gesagt haben. Oh mein Gott, hier geht das los. Ich gehe jetzt im Schlottberg und halte die voll auf. Also gehen wir jetzt los und suchen die. Das wird auch das Part-Quest sein. Wo geht es weiter mit der Story, please? Eigentlich müssten wir die jetzt im Versteck voll auf... Ah, keine Ahnung, ich habe es mal eigentlich gespielt, sorry, Leute. Passiert. Yay, auf dem Schlottberg. Ach da, warte kurz. Ich erinnere mich an diese eine Stelle, wo dieser Typ... Tomf Team Magma Aqua rumstand und meinte... Hey, ich mache nichts Besonderes. Nein, 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 nein. Ich bin hier garantiert ohne irgendwelchen tieferen Sinn hier. Also das hat er nicht gesagt, aber so kam es rüber. Ja, möglich, mitfahren, los. Ich nehme jetzt einfach mal Fächer mit. Ich werde es einfach nicht benutzen, ne? Ja, ist okay. So, und jetzt schauen wir mal. Also erstmal, die klappen sich natürlich hier nicht irgendwo rum, oder? Die sind nicht zufällig hier und machen Stress. Was? 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 Was passiert da gerade? Heute habe ich ne alte Oma zum Kampf am Schlottberg heraus? What the fuck? Ich war bei den heißen Quellen, habe eine müde Knochen auf euch. Und ich bitch slappe dich jetzt, du, ich nummer Co. Das ist die Wärmesoffi, Leute. Okay. Du bist eine Expertin in irgendwas, alles klar, das ist okay. Ja, passt. Ich habe gehört, du würdest gerne mich gerne einen Show aufbekommen. Ja. Das habe ich auch so in Erinnerung. Genau, genau so. Genau so. Ich glaube, er wird... Oh, seriously, please. Er wird irgendwann garantiert in der Ruckzuck gebt für den Gedankenblut wegkommen. Weil ich finde, Wettelwechsel gerade eine sehr lustige Attacke. Könnten wir einfach eure Meinung dazu sagen. Marorita. Ja. Warum man die Kampfbogon letztlich habe? Keine Mokel, Hippie hat eine Co. Zieh mir die 5kp ab und strecke ich zurück, natürlich, strecke ich zurück. Aber ich benebe so schneller. 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 Okay, es war halb im Takt. Oh, meine Güte, wer bist du denn? Ich bin dein Untergang. Oh, I'm so famous. I'm so famous. I'm so famous. I'm so famous. Nein, ich werde diesen Sound jetzt nicht einzufügen, die ich es in... Alter, was ist mit dir? Was ist mit dir? Ich habe Feuer mehr, Baby. Ich halte dich aus. Ich muss kämpfen. Da ist eine schöne Berge. Gibt es jetzt mehr Leute, die in mein Pokémon-Gleichschaft einholen? Ich hatte nicht mehr Erinnerung, dass hier Trainer sind, ja? Eine Schönheit, die zuckend in der Gegend steht. Und Alex. Und Alex, er braucht keine Ahnung, nur Alex. Yay. Ich glaube, ich mache folgendes. Ich sterne schaue euch alle. Und auf dich mache ich eine Kraftreserve. Nein, ich mache einfach... Ich mache einfach Biss auf Gleinstein. Ich denke mal, mehr wird K.O. sein. Nein, ist es nicht. Ja, aber es muss auf jeden Fall... Oh, das ist mein Kritzer. Das Klein schon, das locker überlebt. Oh, ich merke gerade, Yoriko ist rund 35. Das heißt, ich werde sie... austauschen. Ja, das würde ja nichts bringen, weil ich die nächste Runde... One-hitte. Ah, komm. Oh, das reicht ja schon so. Was hast du für eine Beteiligung? Dann hätte ich halt über Yoriko zurecht Angriff. Oh, was für den Kochen, als er kam. Bla, 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 bla. Lass mich an die Apparatur. Oh, yeah. Ich habe gerade mit dir. Und das ist verrückt. Hier ist mein Name. Und call me maybe. Und so, ne? Okay, die wollen auch nichts. Also, erstmal... Story-Suche. Ich glaube, es sind ja nicht ein paar Level 25. Ja, Speedy, du kannst jetzt mal wieder... Wir können vielleicht sogar kicken. Team Aqua, Magma, whatever. I don't care. Team Tiberium wird siegen. Hier, ich möchte mir ein Narverkicks kaufen. Die sind praktisch. Kostet noch voll ein wenig. Yeah, auf geht's. Genau da stand er. Alter! Oh, her hätte man das wissen müssen, wenn er im Team steht. Man! Leute! Ähm... Da gehen wir noch nicht rein. Ich hole mal kurz. Das machen wir im nächsten Part. WTF! WTF! Äh, was ich jetzt mache? Ah, ich hole natürlich nach Taravilla. Das war jetzt nur, um zu testen. Ah, was ist der Fall? Alles klar. Ja, macht schon Sinn, dass die hier Lacke haben, aber... Es taucht in keiner anderen Edition auf. Nein, nein, nein. Das war jetzt halb geraten. Naja, okay, wir hatten gesagt... Ah, das war schon so ein bisschen Hinweis. Also, eigentlich war da eine Dead Story bei. Die haben wir es gesagt. Dann können wir halt nochmal... Wir haben überhaupt ein bisschen Schaden bekommen. Alter, was ist so ein Scheiß? Diese Saison wie Lücke. Bam, 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 woher soll man denn das wissen? Alter, das war schon so ein bisschen mies, ne? Schreibt mir mal in den Kommentaren, ob ihr gewusst habt, wo ich hin muss. Wenn ihr das Spiel noch nicht kanntet. Oder ob ihr irgendeinen Hinweis gesehen habt, der von Team Magma kam, so... Hey, du musst zum Piroberg, nein, zum Schlutberg und dort ist garantiert... Dings da und so. Ich meinte, das war jetzt nur so random, weil ich den Team Aquarupel angequatscht habe. Und er meinte so... Ja, ja, ich glaub, die haben die ihren Versteck. Nein, die haben irgendwas so zu tun. So, Leute, im nächsten Part gehen wir hier rein. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao! Storby Lücke, incoming! Storby Lücke, incoming!